Kim Gloss möchte Amelia den richtigen Umgang mit Geld vermitteln. Amelia, 8, die Tochter von Ex-DSDS-Sternchen Kim Gloss, 29, wünscht sich ein eigenes Hoverboard. Doch das gibt's nicht einfach so. Darauf muss sie sparen, findet Kim. In unserem Video verrät sie jetzt, wie sie ihrem Kind den richtigen Umgang mit Geld beibringen will und wie viel Taschengeld ihre Amelia, 8, bekommt. Sie spart so fleißig, das ist so toll anzusehen. Amelia konnte sich erst kürzlich über eine Taschengelderhöhung freuen. 2,50 Euro bekommt die Tochter von Kim Gloss und Rocco Stark nun pro Woche, und damit satte 50 Cent mehr als zuvor. Und die Achtjährige geht damit offenbar achtsam um. Sie spart so fleißig, das ist so toll anzusehen, erzählt Mama Kim voller Stolz in ihrer Instagram-Story. Der 29-Jährigen ist wichtig, dass ihr Kind lernt, mit Geld umzugehen und auf bestimmte Dinge wie ein Hoverboard zu sparen. Warum sie Amelia aber nie mit Taschengeldkürzungen droht, erklärt sie im Video. Wir drücken jedenfalls die Daumen, dass sich Amelia bald ihren Traum vom eigenen Hoverboard erfüllen kann. 2,50 Euro 5,50 Euro Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020